Jetzt rechts auf Niedenberger Weg. In 130 Metern an der Kreuzung leicht rechts abbiegen auf Niedenberger Weg. In 70 Metern leicht rechts abbiegen auf Niedenberger Weg. Danach 170 Metern leicht links abbiegen auf Niedenberger Weg. In 120 Metern leicht links abbiegen auf Niedenberger Weg. Danach rechts halten. Jetzt leicht links abbiegen auf Ernst-Mitteler Straße. Danach rechts halten. Jetzt links abbiegen auf Niedenberger Weg.